Nach dem Ehe-Aus von Viktoria Swarovski und Werner Mürz sah es eigentlich so aus, als würde zwischen den Ex-Turtel-Tauben kein Rosenkrieg ausbrechen. Nun äußerte sich der noch Ehemann der Let's Dance-Moderatorin erstmals über die Trennung. Nach sechs gemeinsamen Ehejahren ist zwischen Viktoria Swarovski und Werner Mürz alles aus. Die Moderatorin und der österreichische Unternehmer gaben sich noch 2017 in einer pompösen Trauung romantisch das Ja-Wort. Nun ist von ihrer Liebe nicht mehr viel übrig geblieben. Lange blieb die Swarovski-Erbin jedoch nicht alleine, in Red Bull Erbe Marc Mateschitz fand sie kurz nach Bekanntgabe der Trennung ihren Mr. Reit. Doch was hat Ex-Werner eigentlich dazu zu sagen? Jetzt brach der 46-Jährige sein Schweigen über das Ehe-Aus. Werner Mürz Erste Worte zur Scheidung von Viktoria Swarovski Nach der Trennung hüllte sich Werner Mürz in Schweigen. Nun, vier Monate nach Bekanntgabe des Ehe-Aus, äußerte sich der Unternehmer erstmals zur Scheidung von Ex-Viktoria Swarovski. Gegenüber Bunte verriet der noch Ehemann der Let's Dance Moderatorin nun, wie sie und er heute mit der Trennung umgehen. Mit meiner Ehefrau, mit der ich in Trennung lebe, gibt es keinen Rosenkrieg, keinen Streit über gemeinsame wirtschaftliche Investments, Vermögenswerte und auch keinen Streit über den Lebensmittelpunkt der Hunde. Da scheinen die beiden wohl wirklich einen harmonischen Umgang mit dem Liebes-Aus gefunden zu haben. Er fügt jedoch hinzu, dass es bei ihm und seiner Ex nach ihrem Ehe-Aus noch einiges zu regeln gibt. Ihre Anwälte besprechen angeblich aktuell die Details. Jedoch ist ihnen wichtig, dass die Scheidung insgesamt schnell und unkompliziert über die Bühne geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017